hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von superman galaxy in der letzte folge haben wir fast alle verfügbaren stirne bis jetzt gesammelt heute stellen wir uns der galaxie hier und schauen ob wir danach noch einen versteckten sterne drin haben oder nicht wenn nicht dann müssen wir die gummi lomas gucken machen zumindest ein weil ich glaube ich habe nicht genug für den zweiten aha nach unten müssen wir kurz und dann müssen wir eventuell schon den final boss angehen weil wir ohne den final boss keine weiteren kometen frisch hatten können klappe nach ganz unten müssen wir müssen wir wieder mit dem fisch spielen mit dem heimer nicht natürlich sorry hier ist bestimmt versteckter stern irgendwo ich glaube ich weiß auch schon wo du schon wieder wenn du diesen see zurück haben willst musst du durch die acht ringe schwimmen ich hoffe die füllen auch leben auf wind meine ich natürlich luft aber machen sie tatsächlich ich glaube ich habe tatsächlich gerade rausgefunden wo der versteckte sterne sein könnte in diesem level wo erst mal machen wir den normalen so wo ist das letzte komm gut da ist der stern so dann sammeln wir den und danach wenn wir uns den den versteckten wo ist denn der jetzt hallo da Mario Bro Kamera da da jetzt und ich habe gerade den versteckten stern glaube ich entdeckt ihr werdet gleich sehen was ich meine dafür müssen wir in die galaxie zurück ja das zeigt es bestimmt gleich an versteckter stern oder so ja im letzten stern wo wir gerade waren müssen wir hin ist auch da hä aber ich weiß doch wo er ist das ist doch warum muss ich den kack hier schon wieder machen ich glaube ich hätte ihn auch jetzt schon holen können mit der level die reihe oder so sammeln wir einfach die sternteile brauche ich sowieso so aber ich weiß wo wir hin müssen aber das ist hier den versteckten stern anzeigt das wundert mich schon ich dachte jetzt level bei dem letzten stern also dann sind sie ich wäre da instinktiv da reingegangen so nach unten müssen wir wir brauchen den panzer der ist da aber vielleicht ist es instinktiv zwar richtig aber beim letzten stern bei drei taucht er nicht auf oder ist nicht da wo er ist denn ihr habt es ja vorhin glaube ich gesehen und zwar hier das sind nämlich explosive dinger und wenn man die macht dachte ich eigentlich dass der stern direkt hier ist aber ist scheinbar nur eine rakete okay what the fuck so ach komm so hier muss ich hin so hier runter komm her so easy so und somit dürften wir jetzt jeden stern in jeder galaxie haben bis auf die kometen oder halt die letzten ich weiß halt nicht was das sind für sterne die uns fehlen es dürften wir hier alle haben ja wir müssen zum kinderzimmer wir müssen zum kinderzimmer den gummi luma machen wir als erstes wenn wir es können wenn wir es können so 1200 knapp gut mal gucken was für eine galaxie du wirst raser könig aus der geister raser könig aus der geisterstraße raser könig aus der geisterstraße okay ach du heilige ach du heilige so du willst ihn haben dann musst du mich im rahmen bringen äh mich im rahmen besiegen ist mir recht also dann auf geht's so 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 sorry okay gut 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 so okay war es das gut und ich dachte ich hätte den sieg schon in der tasche versprochen ist versprochen hier dein Powerstern okay Galaxy komplett. Bayern, ja. Ich hoffe, dann machen wir Luigi. Es sind tatsächlich keine Kometen aufgetaucht. Danke. Den Brief haben wir schon tausendmal gelesen. Gut. Ich glaube, das war... Das war, glaube ich... Entweder hier Terrasse oder Badezimmer. Badezimmer. Hm. So. So, mal gucken. Ja, hier ist er. Diesen Grünstirn ist das die Frage, ne? Ob die Galaxie danach komplett ist. Ich glaube zwar nicht, aber man kann sie nicht wissen. Vielleicht reichen sechs Sterne ja mal. So. So. Weiter geht's. Da hinten ist er. Natürlich ganz am Ende vom Planeten, ne? Von der Galaxie meine ich natürlich. So, wenigstens können wir jetzt ein paar Sternteile sammeln. Weil wir müssen ja farmen für den letzten Gourmet-Luma. So. Aber ich frage mich, wo der letzte Grünstirn ist. Ist das jetzt ein Grünstirn oder nicht? Weil mit den letzten Grünstirn schalten wir ja Challenges frei. Zumindest hat mir das ja der Grün... ...die Grünstirn-Luma gesagt. Was mit noch einem weiteren und dann schalte ich Challenges frei. So. Nach oben. Okay, jetzt habe ich nicht genau darauf geachtet. Da hinten ist er. Komm. Kacke. Es muss tatsächlich noch viel weiter gehen, als ich dachte. Komm schon. Alter, Bro, what? Äh. Bro, ich komme mit der Steuerung gerade nicht klar. Ich komme mit der Steuerung gerade nicht klar. Geil. Ja, ich bin schon dabei, Luigi. Aber die Kugel will ich wohl nicht. Geil. 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 So, jetzt da. Puh, ich wäre beinahe stickt hier drin. Also, Bruderherz. Da hättest du früher kommen. Naja, du bist ein Powerstern. Richte Rosalina aus, dass ich ihn gefunden habe. Oh, ist ein grüner. Danke. Danke, Luigi, mein letzter. Jetzt können wir die Challenges machen. Gut. Jetzt sagt mir bestimmt einer was. Es sieht so aus, als hättest du alle grünen Powerstunde wiedergelangt und das Tor zu den Prüfungen reaktiviert. Wüsste ich es auch. Gut, danke. Du hast das Tor zu den Prüfungen reaktiviert, was wohl auf dich wartet? Gut, aber die Prüfungen schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Prüfungen. Ciao. Euer Gladius.